Das Tablet mit dem Wackeldock Asus Iconia Tab W500 ist ein 10 Zoll Tablet mit Windows 7 in der Home-Version. Der Nutzer kann in der Hand typische Büroprogramme verwenden, die er auch von seinem Windows-PC kennt. Dank des mitgelieferten Tastatur-Docks lassen sich bei Bedarf auch schnell Texte tippen. Das Dock bietet zudem zwei USB-Anschlüsse sowie eine Netzwerkschnittstelle. Den Stromanschluss finden Nutzer allerdings nicht am Dock, sondern nur am Tablet. Dort befinden sich auch der HDMI-Anschluss, der Kartenleser sowie zwei USB-Schnittstellen. Zwischen den USB-Ports ist ein Schalter angebracht, der die Bildschirmrotation stoppt. Eine Aussparung für SIM-Karten gibt es ebenfalls. Die ist bei unserem Modell jedoch ohne Funktion, da das Modem fehlt. Das Dock ist recht wackelig und nur für den Schreibtisch geeignet. Das Tablet wird auf den USB-Stecker und die beiden seitlichen Führungsstifte gesteckt. Eine Arretierung fehlt und so kann es schnell passieren, dass das Tablet auf der Couch aus dem Dock fällt. Durch die ungünstige Gewichtsverteilung leigt das Gerät dazu, nach hinten zu kippen, wenn es nicht auf einer waagerechten Fläche abgestellt wird. Bei anderen mobilen Geräten passiert das nicht. Die Möglichkeit, die Tastatur mit dem Tablet für den Transport zu verbinden, ist ebenfalls schlecht durchdacht. Die recht schwachen Magneten werden durch einen Verschlussmechanismus unterstützt, allerdings nur auf einer Seite. Das Display des W500 hat eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln und insgesamt ist das Tablet ein Schwergewicht. Fast ein Kilo bringt es auf die Waage und bietet dabei Akkulaufzeiten von 4 bis 5 Stunden. Das Netzteil ist damit ein ständiger Wegbegleiter. Dank des C50-Prozessors ist das Tablet ausreichend schnell bei einfachen Arbeiten. Auch für HD-Videos reicht die Leistung, sowohl im Browser als auch im Windows Media Player. Allerdings nur, solange die Videos hardwarebeschleunigt laufen. Für das Dekodieren ohne Beschleunigung ist der C50-Prozessor trotz seiner zwei Kerne zu langsam. Im kompakten, aber überraschend schweren Iconia Tab W500 können Windows-Nutzer ihre gewohnte Programmsammlung mitnehmen. Dank der mitgelieferten Tastatur mit Dock-Mechanismus ist es vielseitiger als viele andere Tablets. Schade ist, dass die externe Tastatur nicht durchdacht ist. Gerade unterwegs ist eine waagerechte Fläche nicht immer zu finden und so riskiert der Anwender sein Tablet durch einen Sturz zu beschädigen. Wer auf Windows verzichten kann und ein ähnliches Konzept will, der sollte lieber zum Transformer von Asus greifen. Hier gibt es dank Android 3 auch längere Laufzeiten. Allerdings muss der Anwender auf Windows-Kompatibilität verzichten. Ein Nachteil, der wieder für Asus W500 spricht.